Fallt mir grad noch einer ein, weil wir von Polen wieder irgendwie zurückkommen müssen. Fliegen wir mal zurück, fällt mir einer mit dem Flugzeug, gell. Fliegen Sie mit so einen alten Viermotorigen, so einen alten Gurgelpropeller, gell. Dann schauen Sie raus, bleiben links die ersten zwei Quirlste, dann bleibt der dritte auf der rechten Seite stehen. Du meinst Propeller, gell? Propeller, ja, Quirl ist dasselbe. Du, und dann fängt der vierte auch schon, steht da noch. Meinst du jetzt wieder ein Propeller? Ja, schon wieder. Jetzt kriegen Sie Angst da in der Maschine. Mein, ich sag da einer, ja sag einmal, weiß denn keiner irgendwas Frommes? Weil wenn die auch noch aussetzen, dann stößt man, was Frommes, was Kirchliches, was Christliches, ja weiß denn keiner was. Ist einer raufgestanden, hat einen Hut runtergezogen und hat gesammelt. Das war ein Sickerwitz. Das dauert immer, bis der durchsickert. So, Freunde, welche Stimmung haben wir? Sind wir nun mal, Oli, dabei? Ja! Und ich sag, wenn Sie alle mit dem Fahrzeug da seid, das wir jetzt besingen.